Hi! Hallo! Wie ist Niu? Wir sind auf dem Weg zum Teil Award Konzert heute. Eigentlich sind wir noch gar nicht auf dem Weg zum Teil Award Konzert. Also irgendwie ja schon. Wir sind hier da wo er spielt. Und das sieht alles ziemlich komisch aus. Und ich dachte ich nehme euch mal mit. Jetzt essen wir aber erstmal noch nächstes. Und da ist Essen. Mein Kanal ist Daily Dose aber sie bezahlen. Hier ist Essen. Wir teilen uns fast. Wir sind der Vegetarier-Front. Und hier ist so ein Berg aus dem Preis. Wie er das schmeckt. Vloggen steht daraus, dass man redet. Ja ich musste mich erst mal mental darauf vorbereiten, dass ich reden muss. Also wir haben jetzt auch gegessen. So hier nichts mehr da. Wir gehen jetzt in den tollen Fotoautomaten. Genau wir gehen jetzt in den Fotoautomaten Fotos machen. Weil wir mit Tyler Ward schon nicht finden müssen. Wir müssen halt irgendwas anderes machen. Wir haben jetzt Fotos gemacht. Hey! Schaut ob die was geworden sind. Ja da hinten ist auch noch V. Sieht auch ein YouTube-Channel, den sie mir nicht verraten möchte. Das kann doch nicht so sein. Vier Minuten sind schon seit vier Minuten. Ja stimmt. Wir waren jetzt hier schon seit vier Minuten und hatten dann Fotos. Auf unseren Fotos? Geiler Deutsch. Ich weiß. Gaszinierend. Jetzt könnt ihr das rausziehen. Oh oh oh. Sicher? Ja. Haben wir sicher? Ja. Ach du Scheiße. Die sind voll... Oh das letzte. Die sind richtig gut geworden. Ach du Scheiße. Oh Gott das ist nett. Das ist richtig cool. Also hier wird Tyler Ward nachher irgendwo spielen. Wir fragen uns noch genau, wie das alles passieren soll. Weil hier ein Flohmarkt ist. Das ist alles sehr ärgerlich. Not so good today, not so good. No. Wir müssen jetzt traurig gucken. Ja und uns sind nämlich Sänger verloren gegangen. Und ich bin die nächste Beyonce. Und ich bin die nächste Demi Lovato. Und Pau ist die nächste Whitney Houston. Ja. Schmetter mal los Pau. Und die nächste Whitney Houston. Ja. Pau sieht man übrigens nie ohne Kopfhörer. Nein. Kann ich dir nicht mehr. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist jetzt ähm... Viertel nach vier. Und... Ja. Isabel hat gerade mein Essen geklaut. Schmeißt du nicht? Schmeißt du nicht? Ich kann... Sie kann nicht. Warum kannst du nicht? Und wir sind halt immer noch nicht für Tyler Ward. Und wir haben ihn auch noch nicht befrutt bestimmen. Ich bin so sehr happy für Tyler Ward. Bestimmt sind wir schon irgendwie vorbeigelaufen und haben sich gemerkt. Das wird sein. Der hat unsere Familie fotografiert, weil wir so gut sind. Bestimmt. Wir müssen hier mal... Wir müssen unsere Outfits mal filmen. Hier schön in Kleidern beide. Outfit of the day. Tschüss. 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 Also ich habe jetzt ein paar News, wir waren nämlich eben noch trinken für mich kaufen, hier, trinken. Okay, und dann kam es wieder und dann war da so ein Tourbus, also ein komischer schwarzer Bus aus den Niederlanden und ich habe mir so gesagt so, bestimmt ist er da drinnen und er war da drinnen. Einige meinte so, bestimmt ist er da drinnen und im nächsten Moment, ich drehe mich um, renn sie mich so aus, oh mein Gott, er hat mich angeleitet, er hat mich angeleitet, er hat mich angeleitet. Ja, ich gehe da so vorbei in diesen dunklen Schall, ich habe nur so eine dicke Frau gesehen und dann habe ich auch irgendwie so einen Arm gesehen mit so Kopfhörern und so einem Zettel, aber ich dachte so, als wäre das jetzt Tyler Waters. Ja, ich dachte auch nur so, ich gucke so random rein und ist er so wirklich so, ich war wirklich so einen Zentimeter, nein, ein bisschen mehr, aber vom Fenster entfernt und so direkt vor ihm, im Prinzip ein Lächel, ich habe mich so und so, oh mein Gott, ist er well. Ja, und dann standen wir da erstmal noch 20 Minuten, gefühlt 20 Minuten und haben gewartet, dass er aussteigt und ich habe es sogar gefilmt, aber natürlich bin ich in dem Moment aufzufilmen, wo er zu uns kommt, aber ich habe gefilmt, wie er rauskommt. Und ja, wir haben leider kein Selfie gemacht, das müssen wir noch. Auch wenn ich gefragt habe. Ja, Isabel hatte gefragt, ich war leider ein bisschen zu perplex, um irgendwas zu sagen. Ähm, ja, mal schauen, er hat gesagt, wir sollen nachher noch mal kommen. Als wenn, Leita ist nie in diesem Business, Alter. After the show. Die sind immer bei mir. Und wir haben Knicklichter und wir sitzen jetzt wieder vorm Klost, Klost. Und ähm, meine Tasche ist nass, also diese Wollwegflaschen kann ich echt nicht empfehlen. Die laufen... Nein! Die laufen immer aus. Aber auf jeden Fall ist jetzt halt alles nass. Hier ist meine Jacke, die ist auch komplett nass. Kann ich ja mal demonstrieren, okay, wenn sie zieht. Aber sie ist komplett nass, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Und ja, hast du einen Spiegel? Hm? Hallo! 4 5 5 5 10 automwärse 10 Wzen 10 10 10 10 10 10 Denkst du, die du, die ich habe, sie ist echt, es gibt keine Mache. Was ich schon im Stimmen? Ich bin übrig, ich bin übrig. Das war's für heute. Wenn ich dich nennen will, wenn ich dich nennen will, denn es ist der Beginn. Ich kann das nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, was ich für mich erwartet. Es ist so viel größer, es ist so viel besser. Geh mir raus, bitte überlebt. Es ist so ein Angst. Ich bin so ein Angst. Ich bin so ein Angst. Hallo. Das Konzert ist jetzt vorbei. Da vorne ist jemand sehr zinnig. Wir haben kein Autogramm mehr bekommen. Wir haben auch kein Selfie mit ihm. Unser ursprünglicher Plan ist gescheitert. Aber wir haben ihn getroffen einmal. Das Konzert war gut. Es war voll kleiner Raum. Man war voll weit vorne. Jetzt warten wir noch. Ja, da ist sie. Du hast so eine geile Lampe. Und jetzt warten wir noch auf meine Mama, die uns noch abholt. Weil wir uns nicht mit der Bahn trauen. Und eigentlich wollten wir auch noch bis eins hier warten. Und wegen Autogramm. Es gibt wohl auch noch Autogramm. Wir haben aber keine Fotos und so. Und ein Autogramm ist ja auch nicht so wichtig. Und ehe wir da jetzt eine Stunde noch stehen und er kommt dann vielleicht gar nicht, fahren wir jetzt nach Hause. Okay. Bye.